Ich war jetzt gerade beim Zahnarzt, vielleicht tut sich demnächst ein bisschen was bei mir und bei meinen Sehnen. Schauen wir mal, ich muss uns doch entscheiden, vielleicht gibt es bald eine Änderung. Und voll super, ich stehe gerade im Stau, schon ziemlich lange. Ich bin jetzt abgefahren von der Autobahn, weil da alles zu ist. Und jetzt stehe ich auch hier bei der Ausweichstrecke. Ich finde den Stau richtig gut. Ich komme halt viel zu spät. Wir haben heute Grillfeier bei meiner Arbeit. Und die hat schon vor einer halben Stunde hat diese Grillfeier schon begonnen. Ich finde dieses Horn einfach so cool. Ja, kommt voll zu spät und ich habe den mega Hunger. Hunger, ich habe so einen Hunger, ich kann es euch gar nicht sagen. Es ist echt schon so, ich fahre gerade irgendeine ganz komische Umleitung, voll umständlich. Ich bin hier einfach mal irgendwo, wo ich glaube ich noch nie in meinem Leben zuvor war. Ich sterbe vor lauter Hunger, bin schon so hangry, ich bin so richtig schlecht gelaunt vor lauter Hunger. Schauen wir mal, ich bin heute in der Zeitung mit meinem Kollegen mit Meinrad, voll witzig. Also in der heutigen Ausgabe der Kronenzeitung, Freitag, 14. auf Seite 19.